Hallo, ich bin Tayo von den Do It Tayo Life Hacks. In diesem Video geht es um ein Mitbringsel aus dem Urlaub, das sehr niedlich ist, so gut wie gar nichts kostet und zudem noch sehr persönlich ist. Wer würde sich nicht über so ein quasi live Sandstrandfeeling freuen? Ich nehme mir aus jedem Urlaub, allein schon für mich selbst als Erinnerung an diesen schönen Urlaub, eine kleine halbe Liter Flasche Sand aus dem Urlaub mit. Und aus diesem Sand bastle ich mir selbst und auch Freunde und Bekannten immer wieder gerne mal ein Souvenir. Ganz wichtig ist es allerdings, und das ist jetzt wirklich wichtig, darauf zu achten, ob man aus dem jeweiligen Urlaubsland überhaupt Sand einführen darf. Das sind echt hohe Geldstrafen zu bezahlen, das ist überhaupt nicht lustig. Am besten bei Dr. Google nachforschen, weil der weiß sowas am besten. In Urlaubsländern, in denen es keinen Sandstrand gibt, sondern zum Beispiel Küsten, Spränder oder irgend sowas in der Art. Dort nehme ich mir immer so ein Sackerl voll mit Erde mit. In Kroatien zum Beispiel ist die Erde ganz besonders eisenhaltig, wodurch diese Erde eine schöne rote Färbung bekommt. Tja, und wie man solche kleinen niedlichen Fläschchen zubereitet, zeige ich dir Step by Step, wenn du mal kurz näher rankommst. Los geht's! Als allererstes benötigst du Sand, die Quintessenz des Mitbringsel-Dingsbums. Als nächstes brauchst du irgend solche Glasfläschchen, am besten mit Quark-Verschluss. Zu dekorativen Zwecken eignet sich dann auch noch so ein Bast. Dann wäre es natürlich noch sinnvoll, das Ganze zu benennen, dass man sich in ein paar Jahren auch noch auskennt, was das eigentlich ist. Dazu eignet sich entweder einfach so ein Permanentmarker, mit dem man direkt auf die Fläschchen draufschreibt, oder so bunte Klebeetiketten, die man dann beschriftet und aufs Gläschen aufgebt. Oder, was ich in letzter Zeit bevorzuge, einfach so ein Etikettendrucker. Dann würde ich sagen, wir legen los Fläschchen. Mit Hilfe dieses Trichters wird dann Sand eingeschüttet. Ich mache das immer so zwei Drittel voll. Bast Band wird zur Hand genommen. So, nur ungefähr ein Stück abgeschnitten. Dann wickele ich das immer so rundherum, Knoten drauf, zweiten Knoten. Dann löse ich gern die Enden so ein bisschen auf. In mehr Seefahrer-like. Jetzt Etikettgestalten. Ich entscheide mich diesmal für den Etikettendrucker. Ich verwende hier den Daim, und das ist keine Geschleichwerbung, also keine Sorge. Ich bin mit dem einfach sehr zufrieden. Und ich finde, der klebt gut, und die Etiketten gibt es überall sehr günstig zu kaufen. Der Aufdruck ist lichtecht. Dann schreiben wir unseren Stimmdruck. Abschneiden. Etikett. Fertig. Wenn dir mein kleines Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr gerne ein Däumchen nach oben. Über einen Kommentar würde ich mich freuen. Und wenn du mich nicht sowieso schon abonniert hast, würde ich mich selbstverständlich auch gerne über ein Abonnement von dir freuen. Dankeschön. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.